Jetzt gehen wir durchs Atomkraftwerk. Ja, wir gehen durch ein Atomkraftwerk. Ein altes natürlich, oder? Nie in Betrieb gewesen, das Atomkraftwerk. Schaut euch mal um. Was sagst du dazu, hm? Sei vorsichtig, nicht anfassen da vorne, gell? Da vorne anfassen. Da geht's nicht runter. Schau da runter, schau. Das ist der Kern. Da geht's runter in den Kern.